Willkommen zurück zur 13. Folge von Skyblock Next. 13! Oh, die dürfen nicht hochladen, das ist ein Unglück. Was? Wir dürfen die nicht hochladen, das ist ein Unglück. Nein, ist heute Freitag? Ja. Ja. Noch ist Donnerstag. Ja, genau. Es ist quasi Freitag. Los, meine Freunde, ab ins Bett. So geht das doch nicht. Ja, stimmt, habe ich vergessen. Morgen ist der Dritte. Wow, was zum... Nein, puh, mein Gott. Wo laufe ich denn hin? Hexe, nein, ich meine Spinne. Was ist denn, wie viel Hexe ist hier? Oh, mein Gott. Okay, das sieht komisch aus, wenn man im Bett liegt. Ja, wegen dem Kopf, ne? Ja. Das ist doch, wenn du einen anderen Kopf hast. Stell dir mal so vor, du schläfst zu einem und hast du deine Fresse in der Fresse. Fressemption. Fressemption, ja, ja. Ja. Say it, man! Ach so, ich wollte schlafen. Ach so, das war das Signal zum Schlafen gehen, ja, sorry. Ja. Was ist klein grün und versteckt sich im Wald? Ein kleines grünes Dreieck. Nein, ein Blauwal. Ach, stimmt, ja, sorry. Los, an ins Bett, Mann. Ich spiele in den Ringen. Ja, ich lieg doch schon im Bett. Simon, zieht dich ab. Viel zu spät, so geht das nicht, ich muss was trinken. Prost. So, wie sieht's denn aus mit Korbel? Oh, ich hab noch einen Selbst-Diss-Witz. Ich dachte, jetzt kommt Selfie. Ich will dir uns das Selfie zeigen hier. Du tötest uns die ganze Zeit Hexen, ne? Ja, ich hab ja nichts anderes zu tun. Hey. Das ist mit der Dekoration auch alles. Ey, keiner trägt meinen Kopf. Nein! Ich war doch noch so jung. Nee. Ein Rollstuhl. Nein. Jetzt ist der Kopf da unten. Und meine Eisen-Axt. Ich bauch sie doch. Hattest du ne Eisen-Axt? Ja. Boah. Voll Verschwenderin. Deswegen, nein, überhaupt nicht. Nein. Scheiß. Boah, Alter, ich werd mit den Hexen nicht fertig, ey. Soll ich dir helfen? Nö, kein Bock. Soll ich dir helfen? Nö, kein Bock. So in einem Satz gesagt, einfach. Egal. Ich hab eh mal einen vierten Pisten hin. Boah, ich warte einfach bloß drauf, dass eine der Hexen diesen Gift-Trank aussch... Den musst du näher ran. Ja, mach ich. Oder den Schadens-Trank. Das geht ja auch. Der Unsichtbarkeit wäre... Ja, das hat gereicht. Hui. So, wo ist das letzte Eisen? Wo es blinkt? Oh, sie blinkt. Oh, es blinkt. Oh ja. Davon brauchst du nicht mal so nah ran gehen. Nee, ich wollte einen Screenshot machen. Ups, jetzt bin ich auf der Gapel. So. Ähm, was bauch ich denn? Was wollte ich holen? Ich wollte Holz holen. Ich wollte wieder anpflanzen. Ja. Anpflanzen? Habe ich gehört, dass da jemand anpflanzt? Ja. Interessant. Was pflanzt du denn so an? Ich habe immer noch im Vergleich so, wie wir am Anfang da so standen. Baum! Oh, mein Gott. Wieder einer. Und jetzt so, okay. Okay, das bringt nichts. Egal. Mag jemand mal die ganzen Hexen abmurksen, bitte? Ja, ich bin gerade nur etwas vergiftet. Etwas? Ja, macht doch nichts. Ach, der Kevin ist vergiftet. Ja, Kevin mal wieder da ist. Ja, die vergiften sich gerade selbst, aber egal. Das ist doch gut. Das war das Ziel. Ey, die springen ja auch noch, ey. Alter, es werden immer mehr, ne? Man müsste mal so drei Stunden da stehen und nichts machen. Mein Gott, sind die dumm, ey. Wir werfen sich mit Schadenstränken, ey. So. Also, ich glaube, ich brauche gar nichts mehr tun, die. Man könnte auch. Sieht ja geil aus, Mann. Nein, so. Und dann. Wir brauchen mal ganz kurz Zäune. Wer kann eine Zäune machen? Dürfte machbar sein. Dürfte machbar sein. Gut, dann mach mal. Mein Gott, ey. Ich habe auch 40 Holz. Das ist auch schon mal Anfang. Ne, ich brauche mehr Holz. Ach ja, Holz. 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 Ach ne, ich habe jetzt Sticks, aber wir brauchen eine ganze Holzdinger. Ja, eben. Toll, Sticks habe ich jetzt auch. Ich lege die Holzkiste. Mach dir selber, Wege. Ne, wir brauchen ganz viel Holz. Mach mal bitte mit. Damit wir ganz schnell hier durch sind. Nö. Ganz schnell. Ich hole jetzt Korbel. Ich hole jetzt Korbel. Lies mal einen Witz vor. Äh, warte. Muss wieder einen guten suchen. Ja. Und lies einfach immer durchgängig vor. Einmal von oben da unten. Egal, ob die scheiße sind oder nicht. Okay, okay. Ja. Oh, ich werde müde. Warte. Oh, der war gut. Der war gut. Der war richtig gut. Ich brauche mehr Feinde wie Hexen zu zerstören, äh, zu töten, als ich durch die Mobfarm kriege, ey. Naja, wir haben ja einen kleinen Vorrat. Bitte aufpassen, so, so jetzt, hier, kommt ein Einarmiger in den Second-Hand-Shop. Ah. Ah. Verdammt. Warum kann ein Bagger nicht schwimmen? Er hat nur einen Arm. Ah, du hast dieselbe Seite wie ich offen. Nee, habe ich nicht, war aus dem Kopf. Ach, scheiße. Der war auch auf der Seite, der habe ich gerade gelesen. Und welche Seite? Hm, verrate ich nicht. Werbung. Geht nicht. Oh, Werbung, ja. Ja. Musst du dein Video sonst kennzeichnen? Ja, genau. Ja. Boah, was ist denn das jetzt? Ich gucke so komisch. Das ist deine Mutter. Keiner sagt was. Stille. Geschockt. Das war der Schock fürs Leben. Ja, ich glaube auch. Das war zu hart. Wie einige andere Dinge hier. Aber gut. Boah, Alter, ey. Okay, jetzt ist sogar der Bogen kaputt gegangen. Hä, wie war das nochmal mit dem Bögen? Das Problem hatten wir schon letztes Mal. Was? Weiß nicht, mit dem Bögen. Nein? Welche? Könnte doch mehr machen. Das gewisse Problem mit dem Bogen. So, weißt du jetzt. Während meine Mutter jetzt hier drin war, habe ich jetzt keinen Plan gehabt, was ich machen sollte. Bin einfach rumgelaufen. Deine Mami war da? Ja. Hallo, Sivon. Hast du dir auch schon die Zähne geputzt? Ja, ich muss mir das nochmal anhören und gucken, was ich jetzt rausschneide. Oh, ich habe den Bogen doch machen können. Ich habe da nochmal. So. So, ich habe mir ein paar Zähne gemacht. Ich spiele einfach laute Elektromusik darüber. Was glaubst du, wie es bei mir war, als mein Vater reingepflatzt ist? Eine Frage. Wie sieht das bei euch aus? Der Zaun hier. Wie sieht es bei uns aus? Der Zaun. Muno, 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 der Zaun. Wunderschön. Einfach wunderschön. Normaler Zaun? Ist das, weil... Naja, bei mir ist das ein Fehler. Gut, dann muss ich mir für das nächste Mal ein neues Text-Shopik holen. Weil hierfür gibt es anscheinend uns noch nicht. Hatte ich auch schon mal. Aber gut. Jetzt sieht es zwar scheiße aus, aber nächste Folge nicht mehr. Zack, 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 zack. Wey. Ich wollte einfach mal Wey sagen. Oh ja. Wey. Das wollen viele. Aber viele kommen mich jetzt so. Boah, Alter, ich werde echt nicht fertig, hey. Ganz ehrlich. Das kann ja noch Ewigkeiten dauern. Okay, ich helfe dir. Das werde immer mehr. Ich helfe dir. Ne, okay, so mache ich es doch nicht. Ich habe schon wieder keine Pfeile mehr. Ja, nimm doch mehr mit. Ich will aber nicht mehr mitnehmen. Ich bin doch so sparsam. Ich glaube, wir haben genug. So, Bogen und noch ein paar Pfeile. Ja, das wäre, Alter, das sind ja ehrlich voll wenig jetzt. Also relativ dafür. Muno, helfe mir mit. Hä? Helfe mir mit, die Hexen wegzumachen. Ich helfe schon voll mit, Mann. Das ist gerade so ein perfekter Moment, weil sie sich gerade selber beschießen. Aber dann droppen sie kein Redstone. Und das brauchen wir. Ja, aber wenn die da noch länger stehen bleiben, dann kriegen wir gar nichts. Ja, stimmt. Holt jemand Lava? Einfach zack, weg. Das ist für Muno, das war jetzt nicht so schlau. Alter, weißt du, ich glaube, ich habe die Heilungstränke. Ich habe zwei Glowstone bekommen. Cool. Oh, toll. Da liegen noch Tränke. Und EP. Ich versuch's, warte, ich versuch's zu holen. Okay. Selbstmordmission. Ich gebe dir Feuerschutz. Wartet. Die beiden Kevins sind... Oh. Er läuft rein tot. Das ging jetzt schnell. Ich versuch's nochmal, jetzt habe ich wieder volles Leben. Vielleicht. So instant. Ja. Ich hatte ja nix dabei, ich habe mir meine Items weggelegt. So, 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 schnell raus. Oh, Entschuldigung. Ups, Entschuldigung. Oh nein, ich bin vergiftet. Ich auch, egal. Einen Trank. Ja, Mann, einen. Boah, das bock, Alter. Erstmal die Items einsortieren. Warum hast du eigentlich wieder meinen Kopf auf, Simon? Weiß ich nicht. Ich bin einfach so. Warum hast du meinen Kopf? Ich bin so geboren. Nee, er findet dich eigentlich so hübsch und deshalb möchte er auch so schön aussehen, weißt du? Ja, genau. Deshalb zieht er den immer auf, so. Nee, okay, das ist mir zu viel. Ich mache das nicht während der Aufnahme, aber das dauert zu lang. Lieber baue ich ein bisschen Holz ab. Ich hole Kopfstorben, wie immer. Das ist, glaube ich, meine Standardbeschäftigung. Kopfstorben. Ja, dieses ständige Farmen ist ein bisschen lästig. Vor allem, weil es immer das eintönige ist. Es ist immer dasselbe. Es ist nicht wie bei normalen Minecraft irgendwas anderes. Nö. Immer dasselbe. Deswegen würde ich sagen, Zeit für einen Witz. Muno? Mein Gott, warte. Ich muss aus dem Ding hier rausgehen, sonst schiebt er mich noch darunter. Die schieben mich ab. Mensch. Einfach so gefeuert. Oh, ich dachte, ich wäre schon tot. War ich mal nicht. In deinen Arsch! War es jetzt extra? Ja. Achso. Dann ist er gut. Bist du noch am Suchen? Hallo? Hi. Wer bist du? Warum bist du hier? Ich komme aus der Zukunft. Das ist jetzt schon der Witz gewesen. Dann war ich nicht lustig. Warum bin ich tot? Ich glaube, er war auch kurz ein bisschen in der AFK, ne? Wraith vom Keyboard. Nein! Bist du runtergefallen? Nein! Mein Fraps ist kaputt gegangen. Oh, nein. Nein! Okay, ich muss die Aufnahme nochmal starten. Die Hexen hören einfach nicht auf. Was ist groß, grau und telefoniert aus Afrika? Ein Telefant. Ja! Manu, warum kennst du dich schon? Naja, also... Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Also, die Fraps-Zahl wird oben angezahlt. Ja. Das ist die FPS-Zahl. Aber Fraps ist nicht mehr da. Maybe your Fast-Platte will be full. Oh, das ist eine gute Idee. Das ist maybe the right solution. Losution? Ja. Solution. The word is solution. Nein, ich habe noch 232 Byte-Giga. Byte-Giga? Jetzt aber Aufnahme wieder laufen. Okay, Entschuldigung für alle, die bei mir gucken. Bei mir ist gerade die Aufnahme abgekackt. Guten Tag. Willkommen. Ich würde sagen, wir machen heute Polen die Schimm. Poli? Weißt du das so? Poli? So, Polen. Weißt du? So mit Dialekt so. Natürlich. Ja. Warum auch nicht? Das findet jeder toll. Und jeder versteht's auch. Ich glaube auch. Kina's ab ins Bett. Das ist schon spät. Der Mond ist schon wieder da. Ab. Los. Der Mond ist aufgegangen. Und so weiter. Ähm. Türen. Nein. Erstmal machen wir jetzt das so. Türen? Nein. Und dann machen wir gleich hier die Türen rein. Ist das nicht schön, Kinders? So, da kommen die Türen rein. Schön. Herr. Herrlich, du. Herrlich. So, jetzt erst mal schlafen gehen. Die Hexen, die machen immer noch weiter. Die hören bei nicht auf. Ich hab da mal. Random Fact. Auch im Osten trägt man Westen. Wie bitte? Ich schreib's. Im Osten. Ach so. War das ein Witz? Dann bin ich nicht verstanden. Ich hab da mal. War das ein Witz? Brutal. Ich hab da mal. nicht geredet. Mah. Mein Gott. Ja, das. Aber das musst du ja auch erst mal verhoffen. Hey, ganz ehrlich. Ja. Die Profisier am Start. So. Was ich jetzt noch. Ja. Ja. Mein Gott. Ich find's witzig. Billige Witze müssen mal sein, ne? Ja. Aber sie sind witzig. Ja. Vor allem ja. Aber sie sind witzig. Lol. Da ist... Was für... Was für ein Spawn war das gerade? Ich glaub das war... Nein! Was machst du eigentlich? Du heilst übrigens. Und jetzt bin ich tot. Und hab glaub ich ein paar Sachen verloren. Mein Gott. Du musst auch ausgerechnet vor mir laufen. Weißt du? Ja. Jetzt fehlen mir so ein paar Sachen. Aber egal. Äh. Ich hab meinen Kopf. Ich zieh meinen Kopf über meinen Kopf. Hier fehlen auch noch nicht die Texturen. Klare Sache. Da fehlt er. Holz. Holz. Tür. 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 Boah. Alter. Die Hexen gehen ab. Die Hexen. Hast du die Geräte? Nein! Runtergefallen. Ja. Und tot. Leck mich doch. Also. Heute läuft's. Heute läuft's. Ja jetzt ist halt die Spitzhacke weg. Läuft bei uns. Wo müssen wir denn neue Spitzhacke machen? Scheiße. Jetzt tut er wieder Koppelsohn. Vor allem wie Wahnsinniger. Ja. Es geht schon. Es geht schon. Kein Ding. Ähm. Was mach ich mir denn jetzt für welche? Rein erstmal. Haben wir ja nix anderes. Oh. So. Okay. Jetzt noch die nächste Reihe. Türen machen wir jetzt da hin. Einfach jetzt. So. Das sollten genug Türen sein. Also noch nicht natürlich. Hat jemand ein Koppel? Vier. Hä? Vier. Komm her. Jetzt lauf nicht nochmal vor mir. Ich warne dich. Koppel, Koppel, Koppel. Koppel. Woh, woh, woh. So. Woh, woh, woh. Spuck die so aus. Boah, ganze Vier. Das rettet mich dort voll. Ganze Vier. Oh, es gab ein Update bei... Firefox. Nee. Nee. Bei mir kamen da die Meldung von Firefox. Ja. Spielst du das Spiel auch? Ja. Was ist dein Rekord? Ja, es gibt ja viele. Ich weiß aber welches. Ich meine, bei welchem hast du nach deiner Meinung nach den größten Highscore? Ich brauche mal kurz drei Koppel. Ja. Bitteschön. Sekunde, ich gucke mal ganz kurz. Ich muss jetzt laden, während ich hier rumlaufe. Von Umoni. Ja. Bei Arcade, bei schneller, habe ich 376. Okay, warte mal. Da muss ich jetzt... Also Arcade habe ich jetzt nicht geguckt. Da habe ich, glaube ich, gar nicht so oft gespielt. Was ist bei Classic? Was ist bei dir da? Skunde. Noch ein bisschen, ich habe nochmal gedrückt. Sekunde. Spiel beenden. Nein, ich habe schon wieder nochmal gedrückt. Spiel beenden. Das ist irgendwie neu gemacht. Klassisch, ne? Klassisch, ne? Ja, äh, 25 oder so. Keine Ahnung was. Da habe ich 3827. Bei 50 oder bei 35? 25. 25. Äh. Also mit einer Hand ist zu spielen, ist nicht leicht. Und nebenbei auch noch zu schießen. 4637. Da ist es, je kleiner, desto besser. Ach genau. Dann ist es ja 3,827 oder so. Oder 3000. Auf jeden Fall, ja. Ja. Und was hast du bei... Was macht ein Wikinger auf einem Eisberg? Frieren? Ja. Frieren. Wie? Auf dem Eisberg ist doch logisch. Frieren. Mann. Mein Gott. Die hören auch nicht besser. Nö. Wartest du, hättest du was Besseres erwartet? Hm. Dann bist du hier falsch. Flicken die wahrscheinlich schon, aber... Oh Leute, mich fingen die Hexen langsam auf. Egal wie gut du fährst. Züge fahren Güter. Oh. Egal wie dicht du bist. Güter war dichter. Ja. Hm. Toll. Der ist so schäfig. Ich mach gleich einen Selbstmordanschlag. Auf dieser Plattform. Bring mich dann in die Luft. Mit einem Stück TNT, das ich jetzt noch gar nicht habe. Ach, das haben wir dir noch nicht erzählt. Wir wollten einen Maceirator machen. Ja. Ach ja. Einen Maceirator. Wir bauen einen Maceirator. Ein Dorfbewohner, der das so tauscht, dass es wie ein Maceirator fungiert. Ach, interessant. Ja. Acht Kobbel, ein Kohle zu acht Sand. Herzlich Willkommen zu diesem Redstone oder was weiß ich Tutorial. Nein. MBT Tutorial. Genau. Simon zeigt euch, wie man einen Maceirator macht, der so und so viele Sachen tauscht. Ja, ich kann den Code der dann nächste oder übernächste oder über übernächste Folge unten in die Videobeschreibung reinschreiben. Das ist aber nett von dir. Ja, ich bin einfach sozial. Mir fehlen schon wieder Türen. Oh, ist das hässlich hier, ohne die Texturen. So, jetzt muss ich da irgendwie... Ach, der Eimer ist auch untergefallen. Nein. Ah, Moment. Ich werde gerade gerufen, weil die Fernbedienung verschwunden ist. Oh, ja, das ist schlimm. Das ist definitiv schlimm, wenn die Fernbedienung verschwunden ist. Denitiv, ne? Denitiv schlimm. Ja, Denitiv. Der Dachdief ist wegen Denitiv für den Tod. Das war falsch. Warum? So, und ich würde sagen, wenn ich diesen Kreis hier fertig gebaut habe, was gleich der Fall sein wird, dann... Was ist braun und rast durch den Wald? Weiß ich nicht. Ein ferngesteuertes Rennschnitzel. Ich weiß nicht, wer sowas erfindet, aber er muss extreme Langeweile haben. Aha. Okay, was ist braun, klebrig und läuft durch die Wüste? Äh, 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 ne Currywurst? Ein Karamel. Ein Karamel. Und ich würde sagen, das war es mit dieser Folge. Viel Spaß noch in eurem weiteren Leben. Ja, in eurem weiteren Leben. Geht mal raus, Leute, bitte. Geht raus. Geht raus. Tschüss. Tschüss. Ui, toll.